Hallo ihr Lieben, hier ist es jetzt das Informationsvideo zu unserem Adventskalender 2024. Ich hoffe, dass die meisten von euch unseren Newsletter abonniert haben und darüber schon alle Informationen bekommen haben. Ich weiß aber, dass einige Leute den Newsletter nicht abonnieren und nicht auf Facebook aktiv sind und nicht auf Instagram aktiv sind. Und ich habe euch natürlich nicht vergessen. Deshalb melde ich mich hier, um auch euch daran zu erinnern, dass der Adventskalender-Vorverkauf in vollem Gange ist. Und es ist auch schon deutlich über die Hälfte der Adventskalender verkauft. Ihr habt noch bis zum 11. August Zeit, den Adventskalender vorzubestellen. Also heute noch eine Woche, wenn das Video hier rauskommt. Allerdings ist der Adventskalender limitiert. Das bedeutet, wenn dann schon am 8. August keine mehr da sind, könnt ihr ihn natürlich nicht bis zum 11. bestellen. Derzeit sieht es so aus, als kämen wir mit dem Bestand aus. Aber ich kann das nicht garantieren. Also wenn ihr euch wirklich einen unserer Adventskalender sichern wollt für dieses Jahr, dann solltet ihr nicht mehr lange warten, zuzuschlagen. Denn, wie gesagt, ist es noch deutlich weniger als die Hälfte da. Jetzt zu den Infos, was es denn mit dem Adventskalender überhaupt auf sich hat. Wir bringen jetzt das fünfte Jahr in Folge einen Stempel-Adventskalender. Und jeder dieser Adventskalender ist anders. Aber das Prinzip ist im Grunde immer das gleiche. Es gibt 24 Tütchen und in jedem dieser Tütchen ist ein Stempel, den es so noch nicht gab. Auch noch nicht so ähnlich. Also das sind dann auch nicht kleinere Versionen von Stempeln, die es schon gibt. Sondern das sind einfach komplett neue Stempel, die ich extra für den Adventskalender zeichne. In den Adventskalender fließt dann immer relativ Hirnschmalz, weil mir total klar ist, dass es blöd ist, wenn man etwas bestellt, von dem man vorher nicht weiß, was es ist. Und dann sind das so sehr spezifische Dinge, mit denen man irgendwie so gar nichts anfangen kann. Deshalb ist der Adventskalender in der Regel so aufgebaut, dass da viele Stempel drin sind, die fast jeder irgendwie brauchen kann. Für Geburtstage, für Weihnachten, für... Also die sind nicht so super speziell thematisch. Aber es gibt welche, die ihr direkt im Winter für den Winter benutzen könnt. Und es gibt viele, die ihr über das ganze Jahr benutzen könnt. Aber auch viele der Winterstempel sind so angelegt, dass ihr sie das ganze Jahr über nutzen könnt. Ich versuche immer, die Motive möglichst so zu konzipieren. Dass ihr das ganze Jahr Freude an dem Kalender habt und nicht nur in den Tagen, wo ihr den auspackt. Denn sind wir mal ehrlich, wir alle haben im Dezember relativ viel um die Ohren. Und es ist nicht wahrscheinlich, dass alle dann direkt schaffen, die Motive auszupacken und sofort damit zu stempeln. Der Kalender ist deshalb so aufgebaut, dass am Anfang eher noch so ein bisschen winterliche Motive kommen. Weil ich denke, Anfang August haben auch noch nicht alle ihre Weihnachtskarten fertig und so weiter. Und im Laufe des Kalenders wird es dann immer weniger weihnachtlich und mehr allgemein. Der Kalender ist aber nicht nur thematisch gemischt, sondern auch so ein bisschen vom Inhalt her. Es gibt niedliche Dinge, es gibt praktische Dinge und es gibt reine Texte. Das ist so ein bisschen gemischt und in diesem Jahr bieten wir den Kalender ausschließlich in Deutsch an. Das heißt, alle Textstempel in diesem Kalender sind auf Deutsch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher ihr wissen sollt, ob der Kalender etwas für euch ist, dann guckt euch doch vielleicht die Adventskalender-Videos der letzten Jahre an. Dann kriegt ihr so ein bisschen Gefühl dafür, welcher Stil euch im Kalender erwartet. Wie gesagt, die Motive sind immer was anderes. Auch die Themen sind nicht immer gleich, die da auftauchen. Aber es gibt so einen speziellen Create-Smile-Stil. Das liegt einfach daran, dass ich das alles selber zeichne und dass das nun mal mein Zeichenstil ist. Und wenn der euch gefällt, dann kann das sehr gut sein, dass unser Adventskalender etwas für euch ist. Wie gesagt, bis zum 11.8. könnt ihr den noch bestellen, vorausgesetzt es sind genug auf Lager und ist vorher nicht ausverkauft. Das Ganze kostet 99 Euro für den Kalender plus Porto. Das Porto ist etwas höher als unser normales Porto, was einfach daran liegt, dass wir jeden dieser Kalender in einem Karton verschicken und nicht in einem Briefumschlag. Entsprechend ist das Porto ein bisschen höher, aber immer noch günstiger als Paketporto. Ihr kommt da also immer noch relativ günstig mit weg. Das Ganze findet ihr aber auf unserer Homepage. Ich verlinke euch das unter dem Video. Direkt unter dem Video verlinke ich euch den Adventskalender. Da stehen alle Informationen auch noch mal drin, was euch darin erwartet. Jetzt kriegen wir übrigens Katzenbesuch. Also was euch darin erwartet, es sind nämlich 23 A8-Stempelsets und am 24. Dezember, quasi als Weihnachtsgeschenk, gibt es dann ein A7er, also ein etwas größeres. Keks meldet sich. Keks hat auch was dazu zu sagen. Es tut mir leid, ich glaube, ich muss jetzt los. Also alle Informationen zum Adventskalender findet ihr unten in dem Link. Und solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr die natürlich hier unter dem Video stellen. Und ich bin sehr bemüht, die dann zeitnah zu beantworten. Ich hoffe, dass ich es schaffe, mich bald wieder mit einem Tutorial bei euch zu melden. Da ist was in Planung. Und ich hoffe auch, dass ich dieses Jahr jeden Tag ein Video zum Adventskalender machen kann. Aber auch wie im letzten Jahr verspreche ich das nicht. Ihr habt letztes Jahr gesehen, warum ich das nicht verspreche. Der Dezember ist auch bei uns wahnsinnig anstrengend. Und in den Monaten davor schaffe ich das nicht, alles vorzuproduzieren. Wir werden mit Kalender packen. Und dann haben wir auch dieses Jahr noch eine andere Aktion geplant. Da ist einfach relativ viel los. Deshalb kann ich euch nicht garantieren, dass es zu jedem Tag ein Video geben wird. Aber ich habe mir ein neues Konzept überlegt, das für mich ein bisschen weniger zeitintensiv ist und das funktionieren könnte. Und deshalb hoffe ich zumindest, dass ich dann tatsächlich ein Video für euch jeden Tag habe als kleine Inspiration. Versprechen kann ich das aber wie gesagt nicht. Zum letzten Jahr sind immer noch nicht alle Videos da. Und so langsam gebe ich es auch ein bisschen auf, weil ihr seht, ich komme zu nichts. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Restwochenende. Und hoffe, ihr schaut euch jetzt die Adventskalender-Infos an. Ich bin sicher, dass ich hier den einen oder anderen erreicht habe, der eben nicht auf Instagram und Facebook aktiv ist. Und hoffe, dass ich einige von euch davor bewahren konnte, den Adventskalender zu verpassen. Und uns dann hinterher eine traurige Nachricht zu schreiben, wenn es zu spät ist. Denn es gibt nur diesen einen Bestellzeitraum. Wer bis zum 11. August nicht bestellt hat, kann den Adventskalender danach nicht mehr bekommen. Nicht im November, nicht im Dezember und auch nicht im Oktober. Es gibt den wirklich nur bis dahin, weil wir dann entsprechend der Bestellungen das Material einkaufen, also die Stempel einkaufen und entsprechend viele Tüten fertig machen. Und dann schaffen wir das eben nicht, irgendwann diese Zahl nochmal anzupassen. Wir müssen dann wirklich mit der Produktion starten, weil wir jeden Kalender einzeln dekorieren und von Hand füllen. Also jedes Tütchen wird von Hand beklebt. Und ihr könnt das ja gerne mal ausrechnen. Wenn man 24 Tüten pro Kalender hat und das sind ein paar hundert Kalender, dann kommen da ein paar tausend Tütchen bei rum, die alle von Hand beklebt und gefüllt werden müssen. Und deshalb müssen wir relativ früh wissen, wie viele wir machen müssen, damit wir loslegen können. So, das als Erklärung. Wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Seid ein bisschen kreativ und vielleicht lese ich euch in den Kommentaren. Macht's gut. Und dann seh ich mich im 94vis. Und dann sehen wir uns mal abonnt. tsach- Wie gesagt. Vielen Dank.